Sind Sie eher zuversichtlich, dass der Mensch in der Lage ist, diese Anwendung von Technologie mit Werten und Humanität im weissten Sinne zu verbinden? Meistens muss irgendwas schief gehen, bevor wir das tun. Das sieht man jetzt bei Covid. Wir wussten, dass das kommt. Und wir müssen uns ganz klar sagen, wir wissen, was kommt, Klimawandel. Wir wissen, was kommt, künstliche Intelligenz. Wir müssen die richtige Entscheidung treffen und richtig vorbereitet sein. Und wir müssen auch breiter denken und nicht nur sagen, Profit und Wachstum, alles gut. Sondern man muss auch die Konsequenzen mit überlegen.